So würde ein Noob eine Flagge malen, wir fangen an mit der Polenflagge und das ist noch eine ziemlich einfache Flagge zu malen und wir sind am Ende angekommen, let's go und wir haben 100% richtig und wir reisen, wow, okay, kann schön schnell weiter nach Japan und wir werden heute jede einzelne Flagge der Welt malen, von den einfachsten Flaggen bis zu unmöglichen Flaggen, die ich noch niemals gesehen habe. Okay, ab geht es, weiter nach Japan und okay, wir müssen jetzt erstmal die ganze Flagge, äh, warte mal, weiß anmalen, aber wie bekommen wir jetzt hier diesen Punkt hin, okay, wir haben hier links noch einen kleinen Streifen, oh, hier ist der Punkt, okay, wir müssen den anscheinend, ah, wie so einen Stempel draufpressen und okay, das ist jetzt auf jeden Fall die Japan-Flagge, auch relativ einfach und 100% easy und wir reisen, oh, okay, kann schnell weiter nach Vietnam. Okay, die Flagge ist auch eigentlich ganz einfach, wir müssen alles hier rot malen, okay, oh, warte mal, was ist, wenn wir diese Flaggen einsammeln, oh, da wird unsere Flagge länger, ich verstehe schon, okay, das sieht sehr, sehr krass aus, dann würde ich sagen, ähm, wir müssen jetzt hier den Stern draufprinten, so, zack, let's go, oh nein, okay, wir haben hier links ein bisschen frei, wir haben hier links noch ein bisschen frei, äh, wir hatten nicht genug Rot, ich hoffe, es wird reichen, wird es reichen, oder wird, äh, wird das das erste Level sein, wo wir schon failen, okay, unten die Flagge ist gut, reicht es aus und let's go. Oh, und weiter geht es, oh, okay, wir rennen richtig schnell nach Kosovo, okay, die Flagge kenne ich gar nicht, aber sieht auch sehr interessant aus, muss ich sagen, es wird natürlich immer und immer schwieriger, okay, ich würde sagen, das ist erstmal hier rechts alles malen, das ist die Taktik und danach hier links alles malen, okay, wir haben alles gemalt, ähm, und wir wählen hier, zack, diesen Stempel aus und, okay, das müsste aber jetzt eigentlich 100% sein, die ist zwar nicht lange, die Flagge, aber easy. Wir reisen weiter, oh, jetzt müssen wir so schnell, wie ist uns diese Frau so schnell, schneller als jedes Flugzeug und, oh, nach Kanada, okay, Rot und Weiß mit so einem Adenhornblatt und, oh mein Gott, wow, wow, was ist das, wir müssen unsere Flagge wieder größer herbekommen, indem wir alles einsammeln, okay, wie machen wir das jetzt am besten, ähm, nein, Blau brauchen wir nicht, äh, Grün brauchen wir nicht, wir brauchen Rot, wir malen einfach mal alles hier, äh, so Rot, würde ich sagen, und jetzt kommt das Blatt in die Mitte, voila, perfekt, zack, sehr, sehr gut, wunderschön, okay, ich glaube, Kanada haben wir bis jetzt sehr gut hinbekommen, muss ich sagen, das sieht alles nach 100% aus, richtig. Wow, wie groß ist Kanada? Kanada ist ja echt größer als mein Dickschädel. We are going to the American States, up geht es in die USA und hierfür brauchen wir, okay, weiße Streifen, oh mein Gott, wir haben gerade die roten Streifen komplett verdeckt, okay, ich glaube, wir brauchen erstmal weiß, ich glaube, wir brauchen erstmal hier weiß und, okay, Okay, danach die roten Streifen, ja, das könnte ein kleiner Fail werden, wir drucken das Ganze hier drauf und, okay, wir haben rechts noch ein bisschen frei, das bedeutet, 100% werden wir hier nicht bekommen, oh, jetzt tut man, Leute, an alle Americans hier, let's go, wir springen hier einmal nach unten, oh, 40%, oh, okay, 82, es hat ausgereicht und wir, yo, yeeten, ah, weiter, wow, okay, die sieht auch cool aus, okay, wir haben jetzt so eine Regenbogenflagge, okay, wir müssen jetzt hier, äh, links, Rot und Orange hinbekommen, okay, in die Mitte, perfekt, perfekt, Okay, gelb und grün und nach rechts sind die anderen Regenbogenfarmen, voila, okay, und jetzt muss das Ganze natürlich riesengroß sein, schwarz, nein, 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 schwarz ist in der Flagge nicht dabei, Freunde, oben rechts seht ihr mal die Flaggen, die wir malen und, okay, wir müssen jetzt hier links alles malen, oh, nein, wir haben gelb übermalt, okay, okay, das wird ein bisschen, oh, Junge, das wird ein bisschen durcheinander hier, das wird ein kleines Durcheinander, aber wir müssen es schaffen, solange wir eine Flagge schaffen, auf 100%, 100% zu bringen, kriegen wir das Ganze hin, shake, 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 wow, wie cool das aussieht, Ein richtiger Regenbogen sieht die Flagge aus und, ja, das sieht doch perfekt aus, das sieht fast perfekt aus, Rainbowflagge, fertig und Deutschland, äh, was ist das für ein Land, das Land kenne ich gar nicht, muss ich sagen, Freunde, kennt ihr das Land, schreibt es in die Kommentare, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt eigentlich richtig viel Mühe geben, wir probieren jetzt die größte Deutschlandflagge aller Zeit zu machen, okay, wir fangen an mit Rot, dann würde ich sagen, machen wir hier links, okay, genau, schwarz und hier rechts machen wir Gold, jetzt haben wir hier Schwarz, Rot und Gold haben wir auf jeden Fall am Start, Ketchup und Mayonnaise, let's go, ist auf jeden Fall am Start, eine wunderschöne Flagge, muss ich sagen, sieht ein bisschen aus wie die Belgienflagge so, ne, aber, Freunde, wir sind am Ende angekommen, komm schon, das ist jetzt, wow, eine richtig schöne Flagge, die ist uns richtig gut gelungen und wir haben überall 100%, let's go, Deutschland, check, wir reisen weiter in die Türkei, okay, Freunde, in der Türkei war ich auf jeden Fall auch mal da, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, muss ich sagen, dann können wir schön Urlaub machen, okay, aber die Flagge ist Rot, okay, okay, und, äh, mit so einem weißen, ähm, Halbmond und mit einem Stern auf jeden Fall, so was bedeutet, erstmal machen wir alles Rot an, das kriegen wir hin und jetzt würde ich sagen, stempeln wir, warte mal, nur den Halbmond drauf, wo ist der Stern und, okay, da ist der Stern, alles gut, wir stempeln den Stern drauf, oh nein, nicht an Lila rein, nicht in Lila rein, gibt es eigentlich eine Flagge, die Lila in seiner Flagge hat, Freunde, wir werden es hier rausfinden, aber die Türkei sieht perfekt aus, check, nächstes Land, check, ihr habt 11%, oben seht ihr es entdeckt und wir gehen weiter nach Espanol, Spanien, okay, wir haben schon gelb und, warte mal, was ist das jetzt hier, was ist das jetzt hier, okay, wir haben anscheinend, die gelbe Farbe haben wir schon am Start, müssen wir trotzdem hier irgendwas gelbes drauf machen, ah, okay, um die restliche Flagge hier anzumalen, so, hier rechts fehlt uns noch ein bisschen gelbe Farbe, dann können wir hier noch links ein bisschen gelbe Farbe machen und, wow, an den Seiten natürlich das Rote und wir nehmen, was ist das, ist das ein, äh, ich dachte, das wäre ein Vogel oder sowas, aber nee, ich glaube, das ist einfach nur das Zeichen und das ist jetzt hier die Spanien Flagge, die Reise geht weiter, wir werden natürlich jedes einzelne Land mal nach, oh, Nigeria, wie sieht die Flagge da aus, okay, genau, so, grün, ähm, weiß, okay, das bedeutet links, okay, warte, wir malen einfach alles grün, wir malen erstmal alles grün und dann müssen wir gleich hier in der Mitte, weiß machen, okay, perfekt, die Mitte treffen, jawohl, perfekt, das sieht super gut aus, wir können die Flagge noch ein bisschen größer hier machen, würde ich sagen, das bedeutet, wir müssen jetzt hier, okay, links können wir noch ein bisschen was malen, ja, sehr gut, dann können wir noch rechts die Flagge, oh, mein Gott, größer machen, okay, zum Glück haben wir noch ein bisschen weiße Farbe hier, sonst wäre das ein kleiner Fell gewesen, ja, naja, das ist nicht perfekt geworden, es tut mir leid an alle aus Nigeria, die lassen sich durchschauen, aber ich habe mein Bestes gegeben, immerhin, check, okay, wow, okay, und wir reisen, oh, nach Russland, okay, das größte Land auf jeden Fall, warte mal, wieso fangen wir mit Deutschland an, okay, aber wir brauchen jetzt hier in der Mitte, blaue Farbe, dann brauchen wir hier weiß und an der Seite brauchen wir rot, nein, oh mein Gott, fast bin ich in die schwarze Farbe gelaufen, aber, okay, das sieht auch schon mal gut aus, aber die Flagge muss noch größer werden, Freunde, und ihr merkt, die Flaggen werden immer und immer schwieriger, am Anfang, ähm, ja, gab es immer nur eine Farbe, natürlich, und mittlerweile, oh mein Gott, gibt es mehrere Farben mit mehreren Mustern und so weiter und so fort, und wir sind fertig mit der Russland-Flagge, okay, hat das ausgereicht, und, oh, wir haben die falsche Flaggen oben eingesammelt, sehe ich gerade, das wusste ich nicht, aber, okay, wir haben einen großen Bereich auf jeden Fall ausgefüllt, weiter geht es in die Ukraine, okay, die Flagge ist wieder einfach blau und gelb, kurz, ich sag mal, orange dürfen wir da nicht einsammeln, oder, weil hier bekommen wir da, nein, hier bekommen wir orange Farbe, okay, aber, wir können hier eigentlich einsammeln, dass die Flagge größer wird, und dann die Farbe später ändern, wisst ihr, okay, wir können jetzt erstmal hier so einen gelben Streifen machen, ah, der ist uns noch nicht so gut gelungen, aber wir geben unser Bestes, so, und jetzt können wir noch hier die restliche gelbe Farbe, oh, Junge, das sieht nicht so schön aus, das sieht nicht so schön aus, es könnte sein, dass wir failen sogar, aber, was, okay, das sieht doch schon mal besser aus, so ist uns die Ukraine-Flagge auf jeden Fall besser gelungen, Alter, ich glaube, das könnte wirklich sogar 100% sogar sein, tja, das erste Land, wo wir gefailt haben, aber weiter geht es nach Griechenland, auch ein sehr schönes Land, aber, oh nein, die Flagge, was ist das denn, oh mein Gott, okay, das wird schwierig, das wird schwierig, okay, ich würde sagen, Freunde, Konzentration, wir fangen erstmal an mit blau, wir malen erstmal hier alles entspannt blau an, würde ich sagen, okay, hinten haben wir noch einen großen braunen Bereich, dann kommen hier die weißen Streifen, zack, und wir, ähm, genau, printen hier das Griechenland-Symbol drauf, das Kreuz, ja, auch eine schöne Flagge, muss ich sagen, aber, ein bisschen kompliziert zu malen, aber, uh, werden wir es hinbekommen, ja, natürlich, wir reisen weiter, und nach Thailand, okay, die Flagge kenne ich gar nicht, oh, okay, die sieht so aus, nein, wie soll ich das jetzt hinbekommen, wir haben rot, weiß und blau, okay, blau ist in der Mitte, blau ist in der Mitte, oh nein, das ist nicht die, oh nein, oh nein, okay, warte, wir müssen blau machen, äh, links und rechts sind, äh, äh, Streifen, okay, und hier nochmal in der Mitte sind weiße Streifen, ey, das sieht gut aus, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen, das hätte ich echt nicht gedacht, aber, okay, das ist jetzt auf jeden Fall die Thailand-Flagge, sieht ein bisschen aus wie so Zahnpasta, wisst ihr, äh, oder, oder sehen, oder sehe nur ich das, 19% haben wir mittlerweile entdeckt, und Albanien, okay, mit dem albanischen Adler hier drauf, okay, die Flagge ist wieder relativ einfach, muss ich sagen, einfach nur rot, und dann den schwarzen Adler drauf, das bedeutet, wir machen erstmal hier rechts alles, so die rote Farbe, ähm, oh Junge, oh Junge, okay, dann hier links in der Mitte ein bisschen, überall, komm schon, überall, alles muss rot sein, perfekt, okay, okay, fresh, 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 und, nein, das ist die Japan, das ist die Japan-Symbol, wir machen den Adler drauf, yeah, okay, das sieht fresh auf jeden Fall aus hier, zack, Freunde, schreib doch mal gerne in die Kommentare, ob deine Flagge bis jetzt in dem Video auf jeden Fall war, also Deutschland hatten wir auf jeden Fall schon gehabt, aber wir haben natürlich noch einige Länder vor uns wie Argentinien, warte mal, das ist nicht Argentinien, das, das ist Brasilien, das erkenne ich sogar, aber, okay, okay, Argentinien könnte wieder ein bisschen schwieriger werden, wir fangen erstmal an mit, oh, oh mein Gott, okay, ja, hier draußen, ja, naja, wir brauchen noch ein bisschen Weiß hier in der Mitte, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Weiß, wir können die Sonne drauf packen, zack, let's go, aber, oh Junge, oh Junge, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir bekommen nur blaue Farbe, sehe ich da hinten, okay, blau brauchen wir eigentlich nicht, wir können hier das Ganze so blau färben, okay, dann können wir hier, oh mein Gott, hier können wir echt nichts färben, wir können hier noch was blau färben, okay, und hier in die Mitte, komm schon, in die Mitte, let's go, und, okay, brauchen wir ein bisschen Stempeln, Stempel, genau, Stempel alles ab, voilà, voilà, perfekt, Argentinien, Flagge, die sieht besser aus als das Original hier, guck mal, wie viel Mühe ich mehr gegeben habe, und man sieht, die Flaggen werden schwieriger, sie werden schwieriger, oh, Mongolei, oh mein Gott, was ist das jetzt hier, was ist das hier, okay, okay, wir brauchen blau, Konzentration, einfach blau in die Mitte, äh, ich glaube, okay, wir machen einfach überall blau hin, zack, so, und dann kommt hier links, okay, rot, oh mein Gott, okay, das ist ein bisschen zu viel, das war ein bisschen zu viel, okay, das war ein bisschen zu wenig, kein Problem, wir machen hier so ein bisschen was, und, oh mein Gott, wir packen hier drauf, oh nein, oh nein, was ist das, was ist das, was ist das, das ist auch schon eine kleine Flagge, und, okay, es hat gereicht, ha, darauf kommt es an, Hauptsache, es reicht Aserbaidschan, direkt neben der Türkei, es ist auch eine schöne Flagge, muss ich sagen, mit coolen Farben, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch bis jetzt, okay, oh mein Gott, okay, das könnte vielleicht die größte Flagge sein, die wir jemals gemalt haben, wir sammeln so viel ein, oh mein Gott, Junge, wie viel, wieso wird die Aserbaidschan-Flagge so groß, okay, wir machen erstmal hier in die Mitte, rot, dann machen wir hier so, ei, 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 blau, ei, ei, Freunde, ich glaube, das wird nix, was ist das, so eine schöne Flagge, und ich habe sie ruiniert, ich, ich, es tut mir leid, es tut mir leid an Aserbaidschan, aber, vielleicht wird es reichen, vielleicht wird es reichen, aber, nein, so sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen besser aus, nicht perfekt, aber, okay, doch, man erkennt auf jeden Fall, dass die Flaggen sind, wow, wie weit sind die Mädchen runtergesprungen, Hallo, alles gut da unten überhaupt, das wäre echt eine ziemlich große Flagge, oh, wohin geht es jetzt, nach Chile, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber, wie die Flagge aussieht, das weiß ich auf jeden Fall, okay, weiß brauchen wir eigentlich nicht, ne, also, ich brauche mir keine weiße Farbe, können hier das Ganze benutzen, TikTok, nein, also, noch gibt es kein Land mit einer TikTok-Flagge, ich hoffe, ich hoffe, dieses Land wird auch niemals existieren, auf jeden Fall, sonst, ähm, ich würde da gerne nicht wohnen, muss ich sagen, so, aber die Flagge sieht cool aus, die Flagge gefällt mir, wir machen das rot, und dann machen wir hier links immer schön den Sticker hin, oh, oh, ist in Ordnung, würde ich sagen, kann man machen, nicht perfekt, Freunde, aber was ist schon perfekt, und, okay, es hat gereicht, sehr gut, weiter geht es, die Reise geht weiter nach, oh, Kroatien, auch ein schönes Land, und eine schöne Flagge, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, wir geben uns Mühe, okay, wir haben ein Greenscreen, wir haben bis jetzt einfach ein Greenscreen hier vorne, los, okay, okay, die zwei Mädchen geben ihr Bestes, die Flagge nie ranzuschieben, oh, hier ist schon die erste Farbe, oh, Rot, okay, ich glaube, das war ein bisschen zu viel Rot, das war ein bisschen, was, was ist das, oh, 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 wow, es tut mir leid, es tut mir leid, Kroatien, an alle aus Kroatien, es tut mir leid, es tut mir leid, was ist das, ich habe die Frankleiche mit Flagge und, okay, so sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen besser aus, ist zwar nur eine Flagge, aber, Freunde, trotzdem ist mir das Ganze gelungen und immerhin, äh, wohin geht die Reise als nächstes und, okay, Belgien, okay, ins Nachbarland, hey, die sieht echt aus wie die Deutschlandflagge, muss ich sagen, Deutschland ist schwarz, rot, gold und die ist schwarz, gelb, rot, okay, wer hat wem nachgemacht, ist jetzt hier die Frage, aber, voila, okay, das sieht eigentlich jetzt schon perfekt aus, aber, okay, es wird größer, es wird größer, Junge, Junge, was ist das bitte für eine dicke Farbe, alles wurde zerstört, meine ganzen Pläne, alles wurde hingerichtet, aber kein Problem, kein Problem, wir haben bis jetzt nur Geld mit der Flagge, aber, wir werden jetzt hier, okay, ein bisschen schwarz machen, ja, okay, noch mehr schwarz und an der Seite noch ein bisschen rot, okay, let's go, das sieht cool aus, das sieht eigentlich sehr, sehr fresh aus, muss ich sagen und, wir sollten am Ende angekommen sein, das sollte es eigentlich gewesen sein und, wie viel haben wir, wie viel haben wir, und, 91, immer 91, Man merkt, die Level werden nach und nach immer schwieriger und, Mexiko, Mexiko, auf Ansagefreude, werden wir jetzt 100% schaffen, wir brauchen wieder eine Flagge mit 100%, was, Junge, wie dick, wie dick ist das denn, und, oh, okay, es sieht gut aus, es sieht bis jetzt gut aus, könnte das wieder, die erste Flagge sein mit 100%, die Flaggen werden natürlich immer und immer schwieriger, mittlerweile sind wir bei drei Farben und sogar jetzt hier, was ist das, so ein Adler oder sowas, Stempel in der Mitte, okay, die ist zwar nicht lang, aber, Freunde, wird jetzt reichen, und, 100%, easy, okay, 28%, der ganzen Länder, der ganzen Welt haben wir schon abgeschlossen, Kuba, was ist das, oh, die Flagge kenne ich gar nicht, würde ich sagen, ist auch ein sehr, sehr kleines Land, aber auch die Flagge, die gefällt mir sehr gut mit solchen Streifen, okay, ich würde sagen, erstmal brauchen wir, äh, blaue Farbe, hier, okay, rechts und links, außen, nein, kein Grün, wir mal erstmal alles, äh, blau an, würde ich sagen, ähm, so, hier können wir noch was aufmalen, links, okay, okay, sehr, sehr gut, jetzt brauchen wir Streifen, und dann brauchen wir hier noch das rote Dreieck-Logo, perfekt, und, den Stern, den Stern, perfekt, perfekt, oder, das sieht gut aus, das gefällt mir, Kuba, das Land, das sieht auf jeden Fall fresh aus, 100%, lieber Passassierer, willkommen in Ägypten, ah, das ist Deutschland, das ist Deutschland, wer hat die Deutschland-Flagge hier mitgenommen, Ägypten, und, was ist das jetzt hier, nein, 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 okay, wir sind blau, wir sind komplett blau geworden, wir brauchen aber rot, okay, wir brauchen, so, nein, nein, tut mir leid, was tue ich, okay, okay, ich hoffe, es kommen noch ein paar Farben hier, wir holen hier Ägypten, den Sticker drauf, oh, was, der Sticker hat nicht, wie, wieso hat der Sticker nicht funktioniert, wieso hat der, äh, der Stempel nicht funktioniert, okay, aber davor, gleich kommen die Farben, Freunde, das bedeutet, wir haben noch eine Chance, wir haben jetzt noch eine Chance, okay, rot, ja, schwarz, okay, also, schön sieht anders aus, oh, Junge, aber, okay, vielleicht wird es reichen, vielleicht wird es reichen, ich hoffe, also, äh, man kann es nicht erkennen, dass die Ägypten-Flagge sein soll, muss ich sagen, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir Mühe gegeben, dabei sein ist alles, und, oh, Frankreich, okay, noch ein Nachbarland von Deutschland, okay, aber auch eigentlich gar nicht so, äh, schwierige Flagge, drei Farben, das kriegen wir hin, das kriegen wir auf jeden Fall, okay, in der Mitte weiß, wir machen erstmal hier schön alles weiß, let's go, dann, äh, brauchen wir, okay, erstmal ein bisschen blau und ein bisschen rot, perfekt, voila, okay, eigentlich gut, oder, das war eine schnelle Runde, muss ich sagen, aber, eigentlich, ich bin zufrieden, muss ich sagen, und wir haben, oh, fast wieder 100%, sehr gut, und, oh, okay, wir rennen weiter, EU, warte, das Land gibt es aber nicht, okay, EU, also, äh, ich glaube, das ist jetzt kein Land, aber, Freunde, EU, auf jeden Fall Europa, und so sieht die Flagge jetzt hier von der EU aus, hier, einfach alles blau, mit Jollchen Sternen, oder sowas, sieht eigentlich auch, und sie sieht cool aus, muss ich sagen, gefällt mir, ja, 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 und wir werden jetzt alles blau anmalen, und jetzt kommen die Sterne drauf, gestempelt, perfekt, und das ist jetzt die europäische Flagge, voila, wunderbar, wunderbar, eigentlich perfekt, oder, war jetzt auch nicht so schwierig, aber, oh ja, nehmen wir mit, nehmen wir mit, die Flagge ist eingepackt, Grünland, äh, was ist das für eine Flagge, und, okay, die kenne ich nicht, die sehe ich wirklich das erste Mal, die sieht ein bisschen aus, äh, wie die Polenflagge, muss ich sagen, nur mit so einem Kreis, okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das hinbekommen, aber, ich würde sagen, wir sammeln erst mal Flaggen ein, erst mal sammeln wir ganz, ganz viele, zack, 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 Flaggen ein, und dann, okay, wir müssen jetzt rechts rot anscheinend machen, dann würde ich sagen, wir machen rechts rot, links machen wir weiß, und, ah, und dann packen wir hier, ah, das Logo wird einfach so drauf gestempelt, okay, das habe ich noch nie gesehen, wieso kenne ich diese Flagge nicht, muss ich sagen, und, wow, 100%, alles haben wir erfolgreich abgeschlossen, Portugal, auch eine schöne Flagge, muss ich sagen, gefällt mir auch, eigentlich, Freunde, gibt es hässliche Flaggen, gibt es Flaggen, die nicht so schön aussehen, ich muss sagen, eigentlich gefallen mir alle Flaggen, muss ich sagen, bis jetzt, ja, die sind auf jeden Fall fresh, außer die, die ultra schwer sind, zu malen, das, das, das geht gar nicht, aber ich gebe mein Bestes, okay, wir bauen jetzt rot, aber, die rote Farbe ist auf jeden Fall mehr, als die grüne Farbe, oh, das könnte perfekt sein, und jetzt machen wir hier, die grüne Farbe, und, oh, das Portugal-Logo, äh, das müsste eigentlich in der Mitte sein, das Logo, ist ein bisschen, ein bisschen versetzt, aber, okay, es reicht aus, schaffen wir es, das allerletzte Land, let's go, jetzt mit 100% abzuschließen, und die absolute Pro-Runde hinzubekommen, Freunde, ich gebe mein Bestes, Kamerun ist das letzte Land, das werden wir jetzt auf jeden Fall hinbekommen, dass es die beste Flagge hier wird, okay, wir machen hier alles, zack, wunderbar, und in die Mitte kommt jetzt die rote Farbe hin, okay, und wir packen jetzt in die Mitte, zack, 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 den Stern, let's go, und, Freunde, wow, das ist wirklich die beste Flagge, die wir heute gemalt haben, und easy, wir haben es hinbekommen. Das waren alle Flaggen von einfach zu unmöglich, like und double die nicht vergessen, und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video, bis dahin, tschüss.